backen Doors Willkommen zu einem neuen Lets Play und zwar LS7 mit Berge hallo Fourth mit Opa Jörn sagen du kannst es wenn da schlechter Corn strengthened Sein Nacken ist auch ein bisschen angeschwollen Er hat ziemlich lange gearbeitet Sonnenbrand hat er auch Und jetzt sollte man viel zugerichtet das Arbeiten haben Weil damals mit seinem 15er Steuer alles bewirtschaften Das waren halt so Sachen Das war halt nicht so einfach Ich kann immer vorstellen Oh mein Gott, man kann sogar Türen aufmachen Okay, Leute Berge wird jetzt irgendwas machen Wir hängen jetzt hier mal Bei dem T4 ja mal Die Schaufel an Während der Sollte da ausmisten Anfangen wäre ich Zu uns am zweiten Tag Zu uns am linken Ich meine Die Fahrzeuge müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen Und einmal eine Wiese mähen Ich werde es einmal eine Wiese mähen Boah der Fickse Eeeh Ich stoße überall Wun 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 da steht es glaube ich... steht es oben? steht es oben da da kommt er, dass sie im Denner steht ich glaube die steht oben das ist oben stehen ich geh mal auf und schau'n ja, sonst machst du nicht umgekriegt ja, das ist nicht das Problem jetzt waren wir schon auf ihn, aber warte, warte ich muss ja mal ein bisschen ausmisten wie bei der Kühe, naja ja Berge, naja, eine Kühe da ist das ja, okay wo? was wollen wir jetzt sagen? alter Schwede so hier, der ganze Schlamm da ist schon hart für die Traktoren ich drive hier einfach mal ein paar Runden im Stall Leute weil ich... man muss hier auf der Map ausmisten ja, die Kühe die scheißen ja so viel hier ist ja wahnsinnig Nehberge ja, ich sag ja das ist... ich glaub ich tu da einfach mal die Zwarer Wiesen machen wo hinten dann? nö, die Zwarer, ja da hinten auf, ey die Zwarer so, was steht da? Land, forstwirtschaftlicher Verkehr schaut's nur aus, okay, da ist nur so kein Stickerl so, dann zieht's da mal an und da, okay in den nächsten Folgen nachher, wenn wir ein paar Hau gemacht haben ein paar Geldverdienungen da haben wir die ganzen Windbruch und Schnellbruch da, was da die paar Mal umgelegt, da ein bisschen aufarbeiten die ganzen Druck die ganzen Drucker ein paar Mal auszuschneiden und damit wir ein bisschen an schnelles Geld dafür kommen genau beziehungsweise wenn wir jetzt die nächste... ja, jetzt werden wir erst einmal Marano und Gross und jetzt werden wir erst einmal ein paar Wiesen machen und zwar, so Arne für Hay und Arne für Gross dann was macht der Takt aber oh fuck ja, und dann Segmei wie ist Wetter... oh scheiße ich geh mal zu schlaumen da ist sich die Kacke ja, bis ihr aus müsst ihr bei die Grünen, Leute es muss ja auch mal sein, ja die Gü... die scheißen so viel die Viecher hier, alter so da läuft die Katze oh, die Katze will ich jetzt überfahren tut mir leid doch, doch, doch doch, doch doch, doch der Bock ist, der Bock ist, der kommt wurschi geh mal ja ja jawohl ja 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 okay hat er geprockt, Gott sei Dank oh shit okay jetzt muss ich nachher noch ja, aber ich muss nachher noch nachmachen ein bisschen weil es jetzt nicht zu schön macht ah ja, die erste Reihe, aber ich muss mir schauen, dass ich überhaupt irgendwie einen hollenholzpunkt habe, aber es schaut aus wie Sau jetzt machen wir erstmal runter da dann tun wir mal gegen den Mann machen wir hier so die Schweine wird hier nicht angenommen, aber heute die Bartm Ich würde sagen, du könntest noch ein bisschen einrechnen, was auch noch. Wenn du fertig bist, halt so. Weil du müsstest noch ein bisschen einrechnen. Aber das geht mit dem Wender doch auch, oder? Ja, prüfe, dass wir vom Rund eine kriegen und von der Straßen weg und sowas. Und nachher kannst du wenden. Wenigst bei der Straßen, der Rest ist ja nicht. Einmal außen rum. Ja genau, zumindest bei... Ja und brauchst du eigentlich nur während, wo der Weg ist. Na warte, dann häng ich die Schaufel kurz noch mal ab. Und hier den Schwader. So, ich bin jetzt zwei Runden gefahren, kannst du jetzt an einer Reihe oder zwei ausführen. Kannst du jetzt wegkriegen. So. Tralalalala. 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 Aber du hast eigentlich am 27. Ast streamen. Ey, ja, aber nicht zu lang. Also. Wann fängt es nicht so zu streamen? 13.30 Uhr. 13.30 Uhr. Genau. Also am 27. gibt es dann 24 Stunden streamen. Du kannst nicht die Rolle einschalten. Bei mir, also bei uns, am Kanal, bei mir und Masekert. Du kannst immer streamen. Und ja, da sollst du streamen auch glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Ich schätze zwei Stunden werde ich machen. Ja. Du könntest natürlich auch vorbeischauen. Und auch beim Gaming Life natürlich auch. Der streamt auch. Hier. Und das. Wie geht's denn? Ihr seid wissen. Wer hat das wird so. Ich bin aufgeahlt auf. Ja, ich freue mich auch. Ja. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Wo, wo. Wo, wo, wo. Wo, wo. Wo, wo. Wo, wo. was soll man das jetzt an einzeln oder das würde ich noch voll machen weil es ist trotzdem so dass man wir sie haben wir jetzt eigentlich drin sollte er hätte seine idee und zwar wir machen das so dass man jetzt einmal einzeln weil du musst ja denken oder bedenken dass das muss ja noch gern was will man durch das einzeln ja weil das muss ja gern oder wir nehmen dafür das große feld ich werde nämlich eher das ganz große feld schweizieren nehmen wo ist denn ernst oder was meinst du ja 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 okay kann man natürlich haben oder größten oder groß oder heim weil das mein silo wenigstens frühmach mit dem feld und hänge dort in wendern und kum wenden weiter blockt sich richtig drauf der kleine lindtack ich weiß eigentlich nicht immer so schwach gar ist es ist lustig 100 ps ja vor allem der ist ja extra für berge gemacht und so ja ja glaube ich ja schon ja im traktion ja lindner grundsätzlich der new holland blockt ja ganz schön die mann mal zwei woche also wir brauchen auf jeden fall so nen band recht ja wieder so und dann kann man von ganz oben am froh alles oberen und da unten noch ein großen sport und bei dem fällt aber nicht bei denen ganz steilen was ich dir dann mal gezeigt ja dann kann man es auf jeden fall machen da musst du sowieso ein bisschen nicht mehr aufhören sonst dann kann man hier steigen kannst du wahrscheinlich wenn du fahren so gescheit so du hast mich einfach fast eingeholt gerade mit dem traktor weil du zwei rein musst während die auch nicht aber irgendwie ist das mit der totstempfoss zu groß am anstieg aber irgendwie ist das mit der totstempfoss zu groß am anstieg passt schon irgendwie na aber ich muss gleich gehen na hilft da nichts hm aber es wird schon wenn wir alles fertig sein rufen mal ich kann nicht mehr was lange dran Irgendwie schaut das tot so lustig aus, so 3 Meter, Mähwerk mit einem kleinen Traktor irgendwie Mischst du noch die Wiese fertig in deiner Folge? Ich weiß nicht, wie wüsst Okay, wir müssen gleich noch eine neue Folge aufnehmen Lass mal noch eine nächste Folge aufnehmen Ja, nein, der war nicht So Dann würde ich aber jetzt sagen, Leute, war es das bei mir mit der Folge? Wenn ihr noch sehen wollt, wie Berge fertig sind Schaut bei denen vorbei Na, es ist zu spät, noch paar die Folgen Also, machen wir noch eine Folge So Ja, okay, Mamo Okay, Leute Das war's dann mit der erste Folge LS17 zusammen mit Berge Bauer LP Schaut bei denen vorbei, er ist ganz unten in der Videobeschreibung verlegt Haut rein, tschau tschau Tschüss Tschüss So Schaut bei den